Ja hallo, ich bin jetzt auf Castelfolit de la Roca. Das ist so ein mittelalterliches Örtchen, das ganz oben auf vulkanischem Gestein erbaut wurde. Ja Castelfolit de la Roca ist eine der schmalsten Orte in ganz Katalanien. Diese entstandenen Basaltsteine, die aufgrund eines Vulkanausbruchs entstanden sind, sind 50 Meter hoch und das Ganze hat ungefähr so eine Fläche von einem Quadratkilometer. Viele der alten Häuser hier rechts und links von der schmalen Gasse sind noch aus Basaltsteinen mitunter aufgebaut wurden. Die Kirche San Salvador wird heute als Kulturzentrum benutzt. Die Kirche San Salvador wird heute als Kulturzentrum benutzt. Und die Kirche San Salvador wird heute als clapping statt. Mitunter Horizontal wird heute alsBA Farm des Kurzerzentrum benutzt. Untertitelung des ZDF, 2020